Musik Ich bin Christoph und spiele Trompete, seit ich denken kann. Ihr spielt Trompete, ich spiele Trompete. Dann haben wir schon mal was gemeinsam. Wenn ihr mit mir zusammen der Sache auf den Grund gehen wollt, in verschiedenen Stilistiken zu Hause zu sein, dann seid ihr beim Workshop schon mal sehr richtig. Wir werden zusammen spielen, wir werden zusammen klatschen, wir werden zusammen singen und hoffentlich ein paar Fragen beantworten, die ihr mitbringt. Im Workshop gibt es zwei Teile. Im ersten Teil werden wir uns um das Trompete spielen kümmern. Ein ganz wichtiges Thema dabei wird sein der Sound, der Klang, wie klinge ich und zu lernen, sich selber zuzuhören. Es geht um Atmung, es geht um Zunge, es geht um Lippenöffnung, es geht um den Hals, es geht um die Technik. Aber letztendlich geht es immer um Musik. Das ist das Allerwichtigste. Im zweiten Teil des Workshops werden wir uns mit Musik befassen und zwar letztendlich mit der gleichen musikalischen Bandbreite, die ich in meinem Alltagsgeschäft zu bestreiten habe. Ich bin groß geworden in der Blasmusik und habe Jazz studiert in Köln und mittlerweile liegt mein musikalischer Arbeitsbereich genau dazwischen. Er streckt sich von Big Bad Literatur, von Jazz über Popprojekte, wie zum Beispiel Sing Mein Song, das Tauschkonzert oder in der Band von Gregor Meile bis hin zur traditionellen Blasmusik bei den Egerländer Musikanten. Das ist für mich ein Riesenspaß und ich möchte euch gerne im Workshop vermitteln, wie man diese verschiedenen Stilistiken im Alltag abrufen kann. Ich werde spielen, ihr werdet spielen, wir werden gemeinsam spielen. Es ist jeder willkommen, vom Routinier bis zum Anfänger und genau diese Mischung im Workshop macht es meistens sehr interessant, weil man gegenseitig auch profitieren kann. Also ich freue mich auf den Workshop und ich hoffe euch zu sehen. Bis später im Workshop in eurer Nähe.